Meine Damen und Ehren, willkommen zurück zu einer neuen Folge, wie nicht du gut die Bö, mit meinem Bruder Le Jacques und meinem neuen Le Vue, Ryan Böttling. Ryan Böttling? Ryan Böttling, du bist so wunderschön. Oh, guck, seine schöne Le Cueh vorne auf die Köpfe. Finger weg von meinem Böttling, das ist meiner Brüder. Guck, oh, mein Inti-Bereich juckt so stark, dass ich ihn über den Boden rutschen muss. Geh weg, du hast die Corona, Bira. Es juckt mich in die Coronas, oh Gott, oh Gott. Weg mit deinen Coronas. Das ist meiner. Ryan Böttling gehört nur mir und wir machen Lululu da hinten. Guck, diese Geräusche, wenn ich mache an die Griffe. Ich spucke auf dich und deine Corona-Pest, Boy Luz. Ich werde immer abwechselnd mit dem rechten Stiljucken und dann mit dem linken Stiljucken. Ich geh, diese Leiter kann doch niemand mehr verwenden, Le Jacques. Was hast du dir dabei nur gedacht? Lass uns fahren, aber mit vollem Speed. Ich schabe heute eine gute Gefühle in meine Bulloch. Ach komm, wir machen Doppelspeed, oder? Ja, voll durch. Die Leute wollen... Drei Speed? Ja. Alter, drei Speed ist gewagt. Und dann eine Kanone oder was? Wie viel Energie haben wir denn eigentlich? Ich habe vier Energie. Ich habe drei Speed, eine Kanone jetzt drin. Du musst gucken, dass wir eine Höhle finden. Du bist der Navigator. Ja, ich schaue zwischendurch. Du musst hart navigieren. Da unten kommt ein Hai. Schwedisch, sehr schwedisch. Rechts lang, rechts lang. Weil links ist zu. Oh, was ist das? Eine Muschel da unten? Le Michel? Lass mich nicht muscheln. Eine Michel? Was ist das hier? Die Gräber der alten Haie? Ja, da kommt noch der toten Mann links, wenn du dagegen rammst. Jetzt weiter nach links unten. Ich ziehe da diesmal voll durch, habe ich mir überlegt. Direkt in... Oh, Wasser 2! Nein! Was ist das? Alter! Der ist groß, Mann. Wo ist die Höhle? Warte, hier kommt Wasser rein. Oh, ein Geisterschiff! Hier ist ein Geisterschiff! Einfach weiter runter, hier gibt es keine Höhlen. Oh, dieses eine Vieh hat leuchtende Augen. Hier sind Piraten. Geisterpiraten. Komm mal nicht um die Geisterpiraten. Ich hab mich gewählt zum Lenken, nicht zum Denken. Oh, okay, okay. Geisterpiraten ist besiegt. Ich bin in irgendeinem Loch. Oh nein, du musst nach links oben fahren und dann raus. Nach links oben und dann raus. Okay, ich umgehe es, ich umgehe es. Aber das Ding hier muss weg. Hier kommt überall Wasser rein. Ja, weil dieses Ding hier uns zwickelt. Das ist alles hier sehr, sehr französisch. Okay, jetzt hier runter. Oder weiter links? Ich kann gar nicht gucken, weil wir ertrinken sonst. So. Weiter runter, geradeaus. Geradeaus jetzt erstmal, oder wie? Hier so. Nein, nach unten. Du kannst nur nach unten. Okay, okay, okay. Da kommt aber irgendwas. Was ist das? Erste Abzweigung links. Da ist ein Mundfisch. Da ist ein Mundfisch. Zwei Mundfische. Aber wir können ja gerade eh nichts machen, außer hier drinnen reparieren. Repariert, Jungs. Repariert. Oh Gott. Oh Gott. Alter, was geht hier? Le Bübel da oben noch. Oh nein, da ist ein Riesenbübel. Ich bin in der Bübel. Ich bin wieder frei. Kommt Water rein. Okay, okay. Okay, wohin, Greis? Wohin? Runter und rechts. Runter und rechts. Nach unten durch, durch den Tunnel. Es kam noch keine Höhle. Was? Wie kann da keine Höhle kommen? Weiß ich nicht. Oh, Greis. Ich habe kein gutes Gefühl. Hier liegen überall tote Samen. Weiter runter, weiter runter? Wir haben hier ein Loch. Ja, immer weiter runter. Achtung. Am R. Ei. Immer weiter runter. Einfach geradeaus. Da sind drei am R. Ei. Ei, äh, am R. Ei, äh. Drei am R. Ei, äh. Okay, geradeaus runter kommt eine Höhle. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir sind drin. Alter, das war ein Turbomanöber, ne? Ich habe erst mal noch so ein paar Piratenleiten verlegt. Das war, das war französisch, Leute. So, und jetzt nicht mit der Maus klicken, obwohl das ja nur eine Anreifung ist. Glaub mir, da schlagern die an der, an der belgischen Grenze. Die schlagern. Okay, ich schende ihre Gräber, aber hier geht, das kann man nicht. Na doch, hier, zack. Schön rein. Guck mal, das ist doch noch so ein Brocken. Man muss auch immer alle zerlegen. Ab und zu nehmen mich noch ein bisschen Taschengeld in der Zerlegung. Geht mal vor, ich habe nicht mehr so viel. Ähm, der Bot heilt uns. Der heilt uns doch. Heilen Sie mich. Mich verpflegte die ganze Zeit schon, dich nicht? Ja doch, jetzt ein bisschen. Ein bisschen reinverpflegten. Pflaster gibt es nur für den Captain. Ne Captain's Pflaster, ey. Das Captain's Pflaster. Was war das? Der Fluch der alten Muffel? Der Muffelfluch. Oh, oh. Nur noch sechs Leben. Der Muffelprinz. Sieben. Ich habe nur noch fünf. Gut gemacht, Reese. Botterspoon. Hinterher. Botterspoon. Deine Leiche. Da. Verlegen wir. Was ist das hier? Ein Einäugiger. Einäugiger. Die kam aus unserem Schiff. Eine Krüppe. Le Krüppel. Ja, Ajo händische Krüppel getötet. Ajo. Ajo händische Krüppel gesehen. Vorsicht. Ich habe Munition gefunden. Ey, so ein Sanitäter dabei haben, ist aber irgendwie geil. Ja, mich halt er nicht. Na ja, weil du halt auch kein Käpt'n bist, ne? Muss man schon ein bisschen Käpt'n sein. Ey, ich muss mich in sie reinstellen und mich von ihr peitschen lassen. Ey, bei mir ist sie richtig geil drauf, mich zu halten. Oh, Käpt'n, wollen sie noch ein bisschen pflastern? Oh, Mon Kapitän. Oh, Mon Kapitän. Ich spucke und dann ich schreibe. Ey, ich habe wieder hier so einen Rucksack Joghurt gefunden. Ich habe hier die Diamantkiste. Na, war es das wohl? Ich habe jetzt hier wieder so einen super Rucksack. Das ist doch irgendwie komisch. Wo ist unser Sanitäter? Ich könnte noch ein bisschen Spreckel. Ein bisschen Spreckel, aber wer weiß, wo die wieder rumliegt. Aber dann sind wir doch durch, oder? Hier oben waren wir auch. Hier oben habe ich was gefunden. Ja, hier habe ich ein Ding gefunden. Ein bisschen Munition. Doch bitte. Oh, sie hat mich geheilt. Sie kamen angewetzt mit ihrem kleinen Medizinkoffer und gesagt, hier, Käpt'n. Meine eilende Spucke. Nö, hier geht es nirgendwo weiter. Okay, ich bin bereit. Vierer Speed wieder. Der Käpt'n ist in der Käpt'n-Kabine. Dreier Speed. Man kann maximal drei nehmen. Da nehmen wir einen Dreier Speed. Ich will da auf jeden Fall durchrutschflutschen. Äh, was ist das denn hier? Was hat er denn schon wieder? Ja, hier unten in meinem Räumchen sind tote Piraten, ey. Er spielt wieder mit irgendwelchen Leichen. Da kommen Piraten. Achtung, gleich haben wir wieder Piratenkontakt. Und da sind sie drin. Oh, oh, direkt doppelt, dreifach noch. Hey, ich werde angegriffen von dem Piraten. Oh, Leute, Alter, ich mache den Piraten tot. Oh, ist das schnell eskaliert, Mann. Ist das schnell eskaliert. Hier ist noch einer. Wo ist unsere Krankenschwester? Hier läuft sie rum und krank. Oh, da sind ja richtig viele. Dankeschön, Krankenschwester. Sie sind ein Segen. Sie eilen uns so schön. Ich werde immer geeilt von einer am R.I. Sind sie Franzose oder haben sie einen Schlaganfall? Okay, wo lang? Äh, ja. Ist das gut? Ist das solide? Oh, warte mal. Wir haben links, links, links und dann runter. Sonst haben wir eine Bosshöhle. Nee, nee, kein Boss. Also da weiter. Wow, und dann nach unten. Repariert, Crew, repariert. Im Moment ist nichts da. Aber die schmeißen sich regelrecht nach vorne. Achtung, knapper Muschel. Wir sind drin. Wir sind drin. Alles gut. Alles gut. Capnuts geregelt. Sehr gut. Gut gemacht. Da war noch eine Beule auf dem Fenster. Ja, so eine kleine Glasbeule. Wir kennen sie nicht. Oh, ist hier schon wieder. Oh, 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 oh. Albino-Krabben. Albino-Krabben mit Leuchtaugen. Oh, was ist das da hinten? Oh, Scrim. Scrim, Alter. Ist das nicht auch so eine Geschlechtskrankheit? Ich habe Scrim. Scrim, der Unvorhersehbare. Ja, das ist so was. Kennt ihr nicht diesen Spruch? Ich habe mich bei Greis Mama als Scrim angesteckt. Was ist das? Nein. Ich habe mich, wir haben die Scrim angestellt. Alter, die Dinger sind böse. Vorsicht, wenn die platzen, machen die richtig da Marsch. Ja, die machen aber richtig. Was ist hier oben für eine Schatz-Ecke? Aber nur Geld. Kriegt ihr ja auch kein Geld mehr dazu. Ja, doch. 1.000 haben wir doch jetzt hier, oder nicht? Nee, nichts, wo ich Geld habe. Oh, Schlecken. Rechts. Ich habe unten rechts kein Geld. Obwohl ich durchgelaufen bin. Aber es wird geteilt. Also, wir haben jetzt fast 12. 12k fast. Ey, diese Drecksviecher. Ja. Oh, guck mal, wie viele hier noch sind. Alles. Aber drei Schatztruhen auf einem Haufen. Doch, ich habe auch Geld. Jetzt sehe ich es erst. Ja, jetzt haben wir 13.000 haben wir jetzt. Boah. Komm schon. Gebt dem, Crew. Wie alle da reinbotteln, ey. Was ist das hier? Was habe ich hier gefunden? Was ist denn da? Keine Ahnung. Energiekern, Batterie. Ist das eine Batterie? Ja, das ist doch diese... Wer hat die jetzt mitgenommen? Hier unten liegt sie. Und wofür brauchen wir die? Naja, wahrscheinlich ins Schiff reinschieben. Ich nehme die mal mit. Ich bring die mal zum Schiff. Na, ich habe hier noch Diamanten geholt. Ich glaube, wir sind auch durch. Hier oben geht es noch irgendwo hin. Uuuh. Da ist Schickl. Aber wo kann ich das anbringen, hier, das Ding? Kann ich das hier irgendwo machen? Irgendwo ist so ein Batteriefach. Da kannst du es reinlegen. Unten in der Batterie. Hä? Jetzt habe ich es ins Schild gelegt. Es leuchtet jetzt durch. Ja, das ist glaube ich das Schild. Haben wir jetzt durch? Durch geht ein Schild? Genau, wir haben dann eine Funktion extra sozusagen. Achso, okay. Gibt es da oben eigentlich noch was? Sonst lege ich mich hier ins Bett? Nö, nö. Kannst du ins Bett. Aber Furz, ich kraul mein Sack. Aber Furz, bitte nicht rein. Das riecht immer so ekelhaft bei dir. Aber das ist so wunderbar. Ich fühle dann immer diese geschmeidige, zweischneidige Belagerung von Duft und Gefühl. Guck mal, Käpt'n ist schon komplett frisch, weil meine Windelmeid... Käpt'n Wolfgang Petry, Alter. Meine Windelmeid kümmert sich. So. Le Jacques, lass uns tauchen in die Tiefe. Aber André, weißt du, ich habe gerade diese depressive Phase und ich will einfach nur im Bett liegen und nichts tun. Denn das Leben ist so grauensam. Raus da, Le Jacques. Ich befehle dir sofort aufzustehen. Nein, ich stehe nicht auf. Okay, wenn du willst, ich mache es für dich. Sonst darfst du heute Abend nicht mit Ryan Bottling gemeinsam die süße, süße Männerliebe genießen. Dreifach-Turbo. Das ist geil, Mann. Aber einen dauerhaften Schild haben, ist ganz cool. Aber ich glaube, die Batterie geht irgendwann leer. So, ich denke mal, wir sind jetzt beim Baus, oder? Einer Baus. Oder kommt hier noch irgendwas Öliges? Ich weiß nicht. Öl sehe ich gerade nicht. Da war ein Geisterschiff. Kann man an dem Geisterschiff? Ne. Da war nämlich noch ein Geisterschiff. Geisterschiffe sind aber auch böse, ne? Ne, das ist aber eins, was so ein Gestand ist. Was ist das hier für ein Ding? Habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Der Leviathan! Oh mein Gott! Leviathan! Die Gräber! Alter, der ist richtig böse. Oh. Ey. Das ist nicht gut. Wir sind ziemlich am Arsch. Oh, wenn du so oft hin und her drehst, kann man nichts hier. Ich, hier sind überall diese komischen Dinger. Okay, du musst uns mehr Schild geben. Mach den Schub weg. Dann kann ich reparieren. Lass uns stehen. Lass uns stehen. Gibt uns so viel Schild wie möglich. Ja, und Kanone, oder nicht? Und Kanone, ja. Der Leviathan! Äh, was ist das? Code! Oh mein Gott! Er schaut schon raus durchs Fenster. Der frisst uns auf. Aber die geben ihm ordentlich. Wir haben lila ein Schild. Guck dir das an. Der kann uns gar nichts. Der kann uns nichts. Alter, das lila Schild. Die Legenden sind wahr. The Purple Haze. Gib ihm. Gib ihm richtig. Schön. Schön auf den Schwanz. Auf seinen dämlichen Leviathan-Schwanz. Ich pump rein mit gemeinsam mit Reezy. Er kommt von hinten und rammt, Alter. Achtung, da unten ist aber auch hier so ein... Das Grab des geschändeten Mannes. Egal. Ich schände rein. Weiter schänden. Weiter schänden. Schandbefehl ist draußen. Käpt'n befiehlt die Schand. So. Weiter schänden. Ist er tot? Er ist tot. Okay, dann geh auf Schub. Ich hoffe, uns platzt jetzt die Batterie hier nicht weg. Achtung, da ist noch so ein kleiner. Käpt'n Schand, Maul. Käpt'n Schandgesicht. Los. Fahr runter. Denieren wir ein wenig. An Tag 2. Was kriegen wir denn? Wir kriegen doch alle jetzt immer einen Bonus. Hä, was? Wir kriegen irgendwas. Damage habe ich bekommen. Ich habe einen Damage-Uf. Guck mal, da liegt ein Tigerhai auf dem Tisch. Und Krabben. Und Muffeln. Oh, jetzt ist das... Oh, nee. Schon wieder die dunkle. Ey, ist das jetzt hier so eine Stripper-Stange? Siehst du die auch? Hä? Was? Ja. Ich habe hier so eine Stripper-Stange. Wenn du rausguckst, dann kommt so ein Stethoskop. Da irgendwie... Stethoskop. Nein, nein, nein. Bei mir ist da so ein Bug. Da hängt sie immer noch. Ja, ja. Ja, ja. Bei mir auch. Wir bauen Licht. Wir bauen... Doppelschub und eine Kanü. Doppelschub? Weil wir haben ja die Batterie... Licht, 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 Licht. Ich bin komplett blind. Okay. Sie müssen gucken, wohin. Captain Hans-Peter Schmulmann. Ich kann halt nicht gleichzeitig immer gucken und reparieren. Wenn da Krieg ist, kann ich nicht gleichzeitig gucken. Oh nein, das ist eine miese Gegend hier. Das war doch die, wo wir in der letzten Folge auch geschändet wurden. War doch diese Schänder-Gegend. Das ist eine miese Gegend. Klar. Man muss sich auch mal in die Tiefen der Gossen bewegen. Also da kannst du jetzt aussuchen, wo du lang willst. Aber am besten einfach geradeaus runter. Da kommen zwar ein paar Bubbles, aber... Achtung, was ist das hier? Was ist das? Irgendwas ist reingeflutscht. Was, was? Okay, irgendwas ist drin in uns. Guck, ob der Captain... Geht's dem Captain gut? Ich hab einen Seestand im Gesicht. Oh Gott. Wo lang? Oh nein, hier ist so ein Greifding. Immer runter, geradeaus erst mal. Moment, Moment. Hier ist so ein Greifding. Jemand muss das Greifding da unten zerlegen. Ich geh mal hier lang vielleicht. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Ja, kannst du auch lang. Achtung, da ist so ein komisches... Vorsicht, Doppelstrudel. Ähm, rechts ist, glaub ich, die Bosshöhle. Also da, wo du bist. Oder? Nein, nein, da ist die Bosshöhle. Oder? Ich weiß es nicht. Es sieht beides aus wie eine Bosshöhle. Es sieht beides aus wie eine Bosshöhle irgendwie. Was denkst du, ist weniger Bosshöhle? Ich bin rechts. Weiß ich nicht. Fahr rechts. Was sieht dir weniger Bosshöhle aus? Hier, jetzt runter? Ja, runter. Dann in den Strudel. Ich weiß nicht, was da auch dazukommt. Oh, hinter uns ist eine Meute. Oh, was ist das? Das ist eine Muschelhöhle. Wir gehen mal rein. Eine Musch. Kann ja nicht schlimmer werden. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Ja, nicht die Maus klicken. Äh, warte vor... Ach du heilige Scheiße. Was ist das? Ist das freundlich? Ist das nett? Some good trash will er haben. Das ist... Trash. Hey, habt ihr Trash? Ich hab kein Trash. Ich massiere ihn ein wenig vielleicht. Hä, was hat er denn da? Der hat eine Kanone dahin gelegt. Ich nehm sie auf. Achtung. Oh, du hast sie aufgenommen. Jetzt haben wir Seekrankheit bekommen. Was? Du hast mit der Seekrankheit gezahlt. Und das Ding hat sich irgendwie vermüllt. Was macht die Seekrankheit? Oh mein Gott, ich bin geheilt. Hast du den Müllapfel gegessen? Nein. Ich ess mal den Apfel. Warum isst du den Müllapfel? Ey, steck mich ja nicht mit deinem Corona an. Hey, weg, 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 weg. Du hast Corona, ich nicht. Ich gehe jetzt in mein Sauerstoffzelt hier drüben. Lass mich in Ruhe, ja? Danke. Ey, du hebst die Kanone auf und ich bekomme den verdammten Fluch dafür, oder was? Ich wurde geheilt, weil ich Kamu besänftigt habe. Du bist doch wieder sauber. Le Jacques, geh weg mit deiner Bazile. Uste mich nicht an. Uste nicht. Oh, hier kotzt einer. Ich habe gekotzt. Auf zu Uste und zu kotzen. Äh, okay. Können wir bitte gehen? Sollen wir weiter? Ja. Licht, 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 Licht. Ich bin komplett blindo. Ach so. Ich bin voll im Blind-Modus. Oh, unsere Batteries auch alle. Oh nein. Aber wir haben dafür so eine komische neue heftige Kanone. Vielleicht ist die geil. Vielleicht haben wir auch einfach eine heftige Seekrankheit abbekommen. Seeherpes hast du, glaube ich. So, weiter geht's nach unten. Äh, Seherpes. Äh, unten links ist noch eine Höhle direkt. Also hier so durch. Hoch, Stück. Ne, nach unten, nach unten, nach unten. Und links. Oh, da kam einer, der hat direkt ein Loch reingedutscht. Nein, hier ist ein Kripscher. Oh, Alter. Das Käpt'n's Moves, ne? Also das muss man ihm lassen. Das ist ein Teufelskerl, dieser Käpt'n Kies. Siehst du die Höhle schon? Ja, ich bin doch schon drin. Oh, okay. Oh, Snails. Arme Käpt'n, who's playing a Käpt'n? Do the sky's another Käpt'n. Ih, da steht wieder dieser Hoden aufblasst, Fisch. Wie geht's? Er hat meinen Bottling im Mund. Er hat Bottling getötet. Mein hübscher. Don't save me, hat er geschrieben. Nicht retten. Was? Ich hab schon wieder irgendwie Herpes. Corona-Herpes. Ja, der ist ansteckend und man kotzt halt zwischendurch. Oh, oh. Der Krabbenmeister. Oh, hier oben sind Snails. Wir müssen auch diese Snail-Höhlen zerstören. Da kommen die nämlich raus. Ja, ich versuch nur gerade hier die goldene Krabbe zu erledigen. Ich wurde geheilt. Ich bin wieder krank. Wanderherpes. Ja, hier gibt's richtig Wanderherpes für alle. Warum stirbt er nicht? Hier liegt noch Munition rum, aber ansonsten... Oh, es schmatzt und schlackert hier in der Höhle eklig. Richtig Pfui-Bäh. Weil ihr wieder da unten die Schnecken schändet. Yeah, geil, in der Höhle können wir Schnecken schänden. Voila. Voila, guck mal, voll auf Schleim-Schnauze. Achtung! Es ist schon merkwürdig, dass nur der Käpt'n nicht krank geworden ist. Boah, ich muss kurz kotzen. Als Käpt'n bin ich natürlich auch der mit der besten Krankenversicherung. Ja, ich hab gar keine. Ich hab nur Corona. Ja. Was ist denn jetzt, wenn du das eigentlich kriegst und aber sagst, ich will nicht zum Arzt gehen, ja. Dann wirst du zwangs... Wo? Ryan Bottling wird schon wieder gekaut. Leute. Zwangsgeputzt wirst du dann... Wo wird denn gekaut? Hier oben. Ich hab mich schon wieder retten müssen. War schon wieder im Mund von so einem Ding. Also der Bottling, der Bottling, der ist ja überall irgendwie drin. Aber wenn wir noch ein bisschen mehr Geld sparen... Oh, ich hab hier so eine Power-Ranch. Vorsicht, der Saugfisch. Äh! Er hat Rees. Rette sie, meine süße Rees. Ich hab da oben auch einen erledigt. Ich hab einen neuen Super-Ranch. Oh. Oh. Schau dir das mal an. Süß sie? Alter, der Rancher, ey. Super Ranch-Dressing. Seid ihr alle durch? Ich glaub, wir sind durch. Ranch-Dressing. Ranch-Franch. Ich hab noch eine Schnecke angekotzt. Sind alle gesund? Hat irgendjemand noch Ebola? Nee, ich hab Ebola noch. Echt? Ja. Bei mir siehst du aber frisch aus. Nee, ich hab... Bei mir hab ich noch... Licht, 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 Licht. Ebola. Licht, Licht, Licht. Oh, gut. Ich weiß nicht, hier ein Schild besser, oder? Ja, dann müssen wir aber langsamer fahren. Wie tief sind wir denn? Boah, die Kanone. Boah, guck mal hier. Na, da komm ich nicht durch. Alter, ich glaub, wir brauchen sogar ein EMP. Da unten geht's so ab. Ja, EMP, EMP. Schnell. Ich komm hier nicht raus. Eins EMP. Ich bin unterwegs. Eins EMP. Oh, Gott. Boah, irgendwas Nasiges ist hier. Ich bin schon wieder angesteckt. Der stirbt gar nicht. He's not dying. Hier oben ist der Corona-Mann. Ist aber auch so ein tolles Wort, ne? Also... Reezy, wo bist du? Pflege mich. Was? Fahren wir noch nicht weiter? Nee, warte, dann halt ich nochmal an. Ist ja kein Ding. Aber er ballert da draußen schon. Deswegen dachte ich, es gibt was zu tun. Ey, da kommen viele kleine Dinge. Was ist das? Kreis. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab Platzsignis. Wir müssen weiterfahren. Wo ist mein Sanitäter? Ich leite unter akuter Platzsignis. Hier sind Zentakel im Haus. Alter, ich hab voll das geschwollene Gesicht, ne? Okay, wir... Reece. Wir müssen weiterfahren. Seid ihr alle wahnsinnig? Wo ist ne Höhle? Im Moment seh ich noch keine. Wir waren gerade in einer drinnen. Gekichert. Oh, alter Schwede. Weißt du, was hier los ist? Oh Gott. Wir müssen da unten durch. Wir müssen da unten durch. Es bringt nichts. Einer ist schon mal tot. Irgendwas ist drin, oder? Ich höre irgend so'n... Oh nein, hinter uns sind schon wieder diese komischen Dinger. Macht ganz merkwürdige Geräusche, ey. Geht's dem Käpt'n gut? Ja, ja. Wo lang? Wodlings, die kümmern sich drum. Äh, erstmal nach unten, geradeaus. Ich seh sonst noch nix. Ich hab... Hinter uns sind richtig viele von diesen komischen... Blutekel. Ja, fahr mal da weiter nach links. Du musst nach ganz links. Nach ganz links rüber, dann kommen wir runter. Hier ist wieder so ne Darm... ...Stelle, weißt du? Da müssen wir jetzt runter. Parasit? Parasiten! In meinem Wasserpark! Hier gab's doch bei... Rockos modernes Leben hat mal einer ein Lied über Parasiten gesungen. Nach links, wir müssen nach links, rechts ist nix. Ja, ich muss nur gerade ein bisschen... Ich bin nicht so schnell gerade. Oh nein, das sind wieder diese komischen Mundmänner. Egal, wir haben Schrotflinte. Schön reinschroten, du. Reinschroten. Nach rechts, da ist ein gestrandeter Wal. Rechts ist ein gestrandeter Wal. Nähe ich mich ihm? Ja, da siehst du... Nicht schlagen, da wohnen auch irgendwelche komischen Leute drin. Maustaste ist keine Bestätigungstaste. E, ne? Ist die Bestätigungstaste E. Ja. Boah, ich hab so viel Herpes im Gesicht. Ich auch. Du bist bei mir frisch. Ne, bei mir hab ich ordentlich Herpes. Oh, da ist wieder einer von den Leuten. Vorsicht, das sind diese Sauger. Oh, der hat sogar einen Schneckenpanzer hier, der eine. Ja, ja, die sind hochentwickelt. Hochentwickelt. Das ist seine, seine Laserwaffen sind da drin. Was ist das hier? Alter, er hat einfach Diarrhoe hingelegt. Was ist das hier? Boah, das will ich haben. Ich würde es auch haben. Ja, du hast doch schon so einen tollen, verbesserten Ranch. Aber. Rein Bottling geht nicht weg. Jetzt bin ich schon wieder krank wegen Kreis seiner Diarrhoe. Du, 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 du. Ey, dein Ranch musst du aber noch mitnehmen. Kannst du nur eine Sache? Ich kann nur eine Sache nehmen, ja. Ah, das ist nicht so gut. Jetzt bist du keine Reparaturkraft mehr. Das ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Kannst du keine zwei Sachen tragen? Ah ja, weil du keinen Rucksack hast. Ja, aber du kannst doch reparieren. Bottling kann doch reparieren. Das reicht doch. Ja, aber ich lenke. Ja, ich kann auch lenken. Aber, aber ich bin der, der, der Captain. Ja. Hast du überhaupt einen Captain-Schein? Ich glaub nicht. Ich behalte die Laserkanone. So viel steht fest. Ja, du kannst sie behalten, aber es ist, wenn wir untergehen, kann es zu einem... Wenn Leute ins Schiff kommen. Da kommen keine. Okay, machen wir hier wieder... Aber dass man nicht zwei nehmen kann. Konnte man nicht zwei nehmen? Man konnte mal zwei Sachen nehmen, aber... Die nerven das ja dauernd, weil sie dauernd sagen, ey, Kies und Kreis, zu gut. Licht. Kies und Kreis, einfach zu gut. Jedes Mal überraschen die uns. Ich hätte gern diesen Mett mitgenommen. Mett? Jetzt bin ich an der Kanü, damit Ryan reparieren kann. So, und hier kommt, glaub ich, ein Boss. Ja. Was ist das? Der Gesichtslose! Mach den, ich geh runter. Ich geh runter und mach hier alles weg. An Speed. Ich hab dir Kanone gegeben. Wo ist er hin? Wieso kommt er denn schon? Da kommt er von da nochmal. Ach Gott. Und wo kommt der? Ich weiß es nicht. Du bist jetzt dran. Du bist den Gesichtslosen. Von allen Seiten. Wir sind mit Reparieren beschäftigt. Ich und meine Crew, wir halten den Laden hier clean. Clean Crew. Oh, der ist... Oh, Mist. Alter, du kannst... Man kann ihn gar nicht richtig treffen, weil der immer... Alter, das ist so ekelhaft, dass Kreis dauernd Durchfall hat. Egal, wo du hingehst. Kreis Durchfall ist schon da. Kann man so sein? Frage ich mich da nur. Alter, er ist einfach zu schnell. Hä? Hä? Warum ist er jetzt an unserem Raumschiff geplatzt? Keine Ahnung. Ah, er wird immer kleiner. Er wird, glaube ich, immer kleiner. Kann es sein, dass er irgendwie kleiner wird? Dass er so Abteile verliert? Weiß ich nicht. Jetzt habe ich ihn mal mit der großen Kanü. Machen Sie das Ding doch tot. Da war er doch eben. Ey, ich muss die kleine Kanone wieder... Ich will die kleine Kanone. Da, da kommt er. Wo ist er denn? Oh, Botengo, reparieren Sie schneller. Wir schaffen den, oder? Wir schaffen den. Ich habe keine Ahnung, von wo der jedes Mal kommt. Wie lange hält dieser Seeherpes? Für immer, glaube ich. Nee. Einmal... Weiß ich nicht. Ich habe den jetzt die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Bug ist, oder... So, hier oben ist wieder alles Tutti. Mr. Schutti. Ja, einmal noch, glaube ich. Oder zweimal noch. Je nachdem, von wo er kommt. Mann, ich liebe dieses Spiel. Aber von wo kommt er denn? Er kommt nicht, da ist er! Mach ihn doch endlich tot! So, das war's. Er ist down. Jetzt geben wir hier einmal ganz schnell... ...Geschwindigkeit auf den Füller. Rhys versucht mich auch die ganze Zeit zu heilen. Ja, weil die Bilder... Ja, klar. Du hast ja auch... ...bei dem Gesicht, ich meine... ...ne? Die verzweifelt schon. An dieser Maske des Schreckens. Komm schon. Was kommt jetzt? Ebene 3. Ich meine, es hat sich alles verändert. Die Bosse habe ich noch nie gesehen. Oder hast du die schon mal gesehen? Nee. Guck mal, ihm geht's gut. Beide nicht. Le Jacques. Tag 3. Bei mir sind wir beide... Bei mir sind wir beide krank, zum Beispiel. Ja, bei mir bist du top. Richtig frisch in der Hose. Max Health up. Und die habe ich auch bekommen. Ich habe jetzt Damage and Health. Aber dafür verlierst du halt dauernd Stuhl. Ja, dafür verliere ich Stuhl. Okay, wir brauchen kein Licht mehr, glaube ich. Ne, hier unten. Ne. Was ist das denn, das Wunderwasser jetzt hier? Gibt mir Doppelschub im Wunderwasserland. Ich plane da durch zu... ...Smouldern. Hä, wieso kann ich die Dings nicht anmachen? Achso, Licht aus. Ja, Licht brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber wo lang? Das ist jetzt wieder... ...wichtig und entscheidend. Wichtig und entscheidend.